Wau, 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 wau. Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer kleinen Runde Tutorial. Wie ihr seht, fliegt da oben ein gegnerischer Helikopter und was machen wir dagegen? Wir haben keine Stinger. Da auf die Entfernung zu treffen ist ziemlich schwer, das kann ich nicht Und der Durchschnitts-Battlefield-Spieler kann das ebenfalls nicht. Deswegen, komm mal bitte runter in meine Nähe. Wo bist du überhaupt? Ähm, bei B. Du fliegst gerade zu D. Also, die Windschussscheiben bei einem kleinen Helikopter sind nicht kugelsicher. Bei großen Helikoptern kriegt man den Gegner nur mit einer, ähm, Sniper raus. Bei den kleinen jedoch kann man jemanden ganz einfach mit der, mit der normalen Assault-Rifle, also Sturmsoldat, Standardgewehr, rausschießen. Wenn du mal kurz runterkommen würdest, S drücken. Ja, ja. Ich versuch's. Augen offen halten. Ich hab den feindlichen Helikopter gesichtet. Over. Ja, wir haben den Helikopter gesichtet. Nicht zu fest auf den Boden aufkommen, aber... Und da hat man's gesehen, kann man ganz einfach jemanden rausschießen. Man sieht hier die Einschusslöcher, die Kugeln sind durchgedrungen, also ich mein, das ist hier nur eine Textur. Aber das Ding hier ist nicht kugelsicher. Deswegen, wenn ihr einen seht, haltet drauf. Bis dann, Leute.